Musik Herzlich willkommen zum Videotutorial Wiederkehrende Stapelbuchungen im Rechnungswesen Das Tutorial soll Ihnen einen Überblick über die Handhabung der wiederkehrenden Stapelbuchungen im Rechnungswesen in der aktuellen Version 14 verschaffen In diesem Video werden Ihnen die Eigenschaften dieser Verarbeitungsmethode erklärt und Ihnen ein Praxisbeispiel für einen wiederkehrenden Stapel gezeigt Die Stapelbuchungen finden Sie im Selectline unter Buchen Legen Sie nun als erstes einen neuen Stapel an und stellen Sie die Verarbeitung auf Wiederkehrend Einen so geschlüsselten Stapel können Sie wiederholt verarbeiten Der Datensatz bleibt mit allen Positionen auch nach der Verbuchung bestehen In das Feld Bezeichnung haben wir nun in diesem Beispiel den Text Miete Liegenschaft St. Gallen eingefügt Das Belegdatum in wiederkehrenden Buchungen wird nach der Vorgabe unter Belegdatum korrigieren beim Verarbeiten aktualisiert Aus dem hier angegebenen Datum wird der jeweils aktivierte Anteil in die Stapelposition übernommen Es besteht die Möglichkeit die Buchungen eines oder mehrerer Stapel vorverarbeiten zu lassen Diese Option bietet die komfortable Möglichkeit die Auswirkungen eventueller Buchungen auf das Betriebsergebnis anzeigen zu lassen Gerade bei den Entscheidungen zu den Buchungen zum Jahresabschluss können Sie sich so optimal vom Programm unterstützen lassen Standardmässig werden der Kontonummer vorangestellte Nullen abgeschnitten Mit gesetzter Option Führende Nullen beibehalten bleiben diese jedoch beim Import erhalten Ist die Option beim Verbuchen Text 2 automatisch bildend gesetzt wird das Feld Text 2 automatisch bei allen Buchungen des Stapels nach einem Muster gefüllt Bei unserem Beispiel würde der Text Stapelverarbeitung wiederkehrend inklusive der Durchlaufnummer abgefüllt werden Sollte Text 2 bereits gefüllt sein, bleibt der Originaltext unberührt erhalten Um die Buchungstexte variabel zu halten, können Sie innerhalb der Buchungstexte durch Eingabe der Platzhalter 1 bis 8 Bereiche festlegen, welche beim Verarbeiten des Stapels aktualisiert werden Die Platzhalter 1 bis 4 werden automatisch vom Programm erzeugt und haben folgende Bedeutung Die Platzhalter 5 bis 8 können Sie für jeden Buchungsstapel selbst hinterlegen Um nun Buchungen zu erfassen, klicken wir in unserem Beispiel auf Positionen und erfassen die entsprechenden Buchungen In unserem Beispiel haben wir den Ersetzungstext Platzhalter 2 im Text eingefügt, damit wir in den Buchungen immer automatisch den Belegmonat als Text angezeigt haben Vor dem Verarbeiten können die Buchungen auf vorhandene Konten, zulässige Kontenkombinationen und Steuercodes und abgeschlossene Buchungsperioden geprüft werden Zu gegebenem Zeitpunkt werden über das Verarbeiten aus den Positionen des Stapels gebuchte Buchungssätze Sie sind damit in die Dialogbuchungen übernommen worden Da der Stapel auf Wiederkehren eingestellt ist, bleibt er als Auswahl bestehen und kann im nächsten Monat mit einem Klick wiederverarbeitet werden Damit sind wir am Ende unseres Tutorials angekommen An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse bedanken Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal